Der Schlüssel steckt doch. Du lässt ihn immer an der Tür. Und wo ist die Tür? Die Tür ist direkt vor dir und der Schlüssel steckt im Schloss. Wir haben keine Wahl. Er muss in ein Pflegeheim. Und was machen wir mit seinen Büchern? Was weiß ich? Sie weggeben oder wegwerfen. Aber seine Bücher sind sein ganzes Leben. Am schlimmsten war für ihn, dass sein Gehirn verrückt spielt. Sein ganzes Leben hatte er dem Denken gewidmet. Siehst du mich? Ja, aber klar. Natürlich sehe ich dich. Und wie sind meine Haare? Sind sie kurz oder lang? Vielleicht sind sie lang. Mama! Clemon? Ich hab dich nicht erkannt mit der Brille. Dass das zwischen uns möglich ist. Dass mein Begehren so stark ist. Bis wir was Besseres finden, müssen wir ihn in ein Heim am Stadtrand bringen. Sie ist dir an mit deiner Schwester. Bis gleich? Ja. Totenkopf. Die Vorstellung, dass du wieder zu deiner Frau gehst, tut mir weh. Bleib bei mir. Love will be mine. Love will be mine. Love will be mine. Die Vorstellung, dass du weh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020